Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du kommst mir vor wie so ein Kater, der mir seine tote Maus vor die Füße legt und stolz wie Bolle ist, dass er was geleistet hat Hätte ich dir nie davon erzählen sollen, oder was? Ja, zum Beispiel, das hätte doch mal Eier gehabt Warum? Warum hast du das gemacht? Untertitelung des ZDF, 2020